hallo leute mein name ist bro johnny skill und ich begrüße euch zu den gaming news in den heutigen video geht es um battlefield hardline fangen wir mit dem ersten thema an und zwar wurde das datum der battlefield hardline beta geleakt die battlefield hardline beta startet am dritten februar 2015 das sagt der mitarbeiter william heidt der die information zu einem youtuber geschickt hat und dieser youtuber hat das ganze dummerweise geleakt bzw veröffentlicht das zweite thema ist dass einige gameplays und bilder der rings waffen und fahrzeuge geleakt wurden einige bilder stehen bei uns jetzt auf der facebook seite und auf meiner facebook seite findet ihr dann die gameplays ich bedanke mich fürs zugucken und sage bis zum nächsten video ciao und tschüss